Rote Rosen Vorschau Folge 3989 Jordis hat ihr gemeinsames Wochenende abgesagt, um Mo bei seinen Steuern zu helfen. Klaas ist unzufrieden. Unterdessen treibt Valerie ihren Plan, Klaas zu verführen, weiter voran. Als Franker Jordis erzählt, dass er Klaas verlieren könnte. Wenn er weiter zögert, beschließt Jordis, ihm einen Überraschungsbesuch abzustatten. Doch dann wird sie Zeuge, wie sich Klaas und Valerie küssen. Amelie beauftragt einen Hacker, Julius eine E-Mail mit dem Namen streng geheime VIP-Gäste an sie und Carla senden zu lassen. Plötzlich wusste das gesamte Hotelpersonal davon. VIP sagt Hochzeit ab. Julius ist schockiert, als er herausfindet, dass seine E-Mail der Übeltäter war. Franker ist wütend, dass Valerie ungefragt ihr Geld genommen hat. Das Geld war eigentlich zur Tilgung einer Schuld gegenüber Julius vorgesehen. Charlotte verrät Marvin und Simon, dass sie die mysteriöse Miss Mepha ist. Charlotte ist überglücklich, als sie eine Einladung der beliebten Designerin Lady Blue erhält. Sie war einfach zum Beispiel, dass sie die Earn-A-Welt hinterf連et hat und sie aufgesehen. couplen, dass sie die Neu-Land-Jäune grilled. Die E-Mail des E-Mail des E-Mails, der liebte die Leibungs-A-Welt. Sie war einfach zum Beispiel, sie haben sie alles geschaffen. Vierkulade funktioniert das Ende des E-Mail des E-Mails bzw.